Das Globetrotter Fernweh-Festival, der Ort, wo du dich für deine nächste Reise inspirieren lassen kannst. Komm mit, dann können wir zusammen in die Reisewelt eintauchen. Das ist nur einer dieser spannenden Reisevorträge im Fernweh-Festival. Das Globetrotter Fernweh-Festival Jetzt bin ich direkt durch die australische Welt durchgelaufen. Der Camper wäre doch genau das Richtige für die nächste Australienreise. Ich glaube, jetzt nehme ich so einen feinen Caipirino, das wäre doch genau das Richtige. Gibt es das, auch ohne Alkohol? Ja, ich habe ein bisschen mehr Alkohol. Super! Eigermönch und Jungfrau sind einzigartig. Aber es kribbelt schon wieder, es packt mich. Das Fernweh ist nicht fern. Es geht schon wieder los. Alle Osten. Alle Osten. Dzentieren uns zum nächsten Mal. Alle Osten. Es geht schon wieder los. Es geht schon wieder los. Ab Nine. Schau. Ab Nine. Wenn man das überrascht ist, Ab Nine. Ich habe schon wieder hier. Und fear noch keine Rahmen. Das Fernwehfestival ist toll, weil man so viele Vorträge hier sieht. Weil man ganz viele neue Ideen bekommt, die man hergehen kann. Verschiedene Sachen auszutesten mit den Kameras. Absolut genial gemacht. Ich freue mich auch, wenn ich dann wieder etwas finde, das ich hergehen kann. Merci vielmals. Bis zum nächsten Fernwehfestival vom 30. Oktober bis 1. November 2020. Bis dann, ganz eindrückliche Reise. Bis zum nächsten Mal.